N. Carson Longinos Traum von Antonioni Lange und taghell geträumt, bei einem Mann aufzuwachen, der aus den Augen blutet. Blut verklumpt auf seinem Gesicht und überall im Bettzeug, und er nicht gewillt, das ernst zu nehmen. In der Küche dann, vermutet einer seiner Spielerfreunde, im Casino habe ihn einer vergiftet, und zwar ein Pulver in den Drink gemischt, das die Augen von innen her langsam zerstört. Ich schickte ihn zum Arzt und machte derweil Frühstück in der Küche, wo sich verschwommen schon seine Freunde drängten. Und als er zurückkam, sagte er, der Arzt habe nur Augenzwinkern und Zoten übers Aufreißen für ihn gehabt. Traurig geworden, wandte ich mich der Kaffeemaschine zu, mit ihren fehlenden Teilen und dem geschmolzenen Kabel.